2015, Internationales Jahr des Lichts und 100. Jubiläum der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmerin Erika Brücken realisiert ihre eigene Hommage an das Licht. Im Süden von Spanien in Zusammenarbeit mit dem Institut für Astrophysik in Andalusien. Befragt sie Lichtjäger und einen Astronom, der das Augenlicht verliert. Todos somos prácticamente ciegos a todo lo que el Universo está emitiendo. Aber wenn es die Licht nicht eröffnet, wie wissen wir, dass es da ist? Querida mía, die Licht ist immer in der Schmerz. Nach dem Raum und Zeit fernem Licht. Die Geschwindigkeit unserer Gedanken. Mit Aida Ballmann, ein Film von Nacot Schwecker, produziert von LipSync Media Lab und dem Institut für Astrophysik Andalusien. Mit Aida Ballmann, ein Film von Nacot Schwecker, produziert 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 von Nacot Schwecker. Untertitelung des ZDF, 2020